Das ist beeindruckend, sie spielen pass und pass. Was für eine Parade! Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das Tor hier machen müssen, aber der Keeper, sensationell. Cristiano Ronaldo. Gute Aktion vom Keeper, hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich, absoluter Rückhalt. Und die Möglichkeit. Gute Chance. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht! Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Da kommt die Ecke. Und da ist der Ball zum ersten Mal im Netz. Jetzt ist er durch! Der muss da drin sein! Kein Problem hier, das Tor macht er ganz abgeklärt. Ne, das lässt er nicht durchgehen, es gibt Geld. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Und Robin Koch. Da kommt der Versuch. Was für ein Treffer und das aus dieser Entfernung. Also, da darf er sich zurecht feiern lassen. Rodrigo! Könnte der Ausgleich sein. Könnte der Ausgleich sein. Tolles Tor! Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. CS45 News done. Auf Wiedersehen. Hilo kann es liegen. Felix könnte. zu einem hacemos mit dem Lang vor Tag. Fisch geht vorwärts apa! Wie kann bist du amacer? Für das ist klar. Wie muss das Ding da? Und wo erenterst. Bis zum nächsten Mal.